Planschi, 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 yeah, das machte so viel Spaß in meinem Pool zu schwimmen und Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sandexamen, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und ich war hier gerade bei meinem Pool und hab ein bisschen geplanscht und das ist so richtig, richtig cool und das macht mir super viel Spaß, hier in meinem kleinen Schwimmbecken zu schwimmen, yeah, Planschi, Planschi, yeah, sehr, sehr cool, Freunde und du kannst auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was soll ich noch alles bauen um mein Haus herum, also einen Pool habe ich schon, aber was fehlt mir noch, Freunde, soll ich vielleicht mal ein Feld bauen oder soll ich mir so einen kleinen Garten bauen, schreibt das mal gerne unten in die Kommentare, das würde mich immer super doll interessieren und jetzt würde ich sagen, füttere ich erst mal meine Haustiere und da warten die schon Hey Bella und Hallo Bello, ja, meine kleinen süßen Hundis, habt ihr schon Hunger? Ja, ich bringe euch jetzt was zum Essen, dann holen wir vom Kühlschrank ein bisschen Fleisch raus Hey Hunde, hihi, ja, ich weiß, ihr habt Hunger, bitteschön, ein bisschen Fleisch, sehr, sehr cool und dann würde ich sagen, nehme ich ein bisschen Vogelfutter raus für mein kleines süßes Vögelchen Tweety So, hallo Tweety, ja, ich habe ein bisschen Vogelfutter für dich, bitteschön, zack, sehr, sehr cool und jetzt haben wir alle unsere Haustiere gefüttert und ich gehe jetzt auch rüber zur Bäckerei, um mir ein paar leckere Brötchen zu kaufen und mir ein bisschen Brot zu kaufen, weil das habe ich gar nicht mehr zu Hause So, lalalalala und hallo Herr Becker, ich möchte einmal fünf Brote haben aber nicht das gleiche Brot, sondern immer unterschiedliche, bitteschön Yeah, dankeschön Herr Becker, tschüssi und ho, Moment mal, was sagen Sie? Ho, ob ich schon bereit bin? Wofür bereit? Was meinen Sie? Moment mal, was? Heute soll die böse, böse Granny wieder in die Stadt kommen? Moment? Nein, das darf doch nicht wahr sein Ich und Vitamine haben die eigentlich verhaftet, die böse, böse Granny und die ist anscheinend wieder aus dem Gefängnis geflüchtet oder was? Oh nein, das darf nicht sein Okay, vielen, vielen Dank Herr Becker, dass Sie mir Bescheid gesagt haben Ich werde auf jeden Fall die böse, böse Granny besiegen und vor der Stadt beschützen Das verspreche ich Ihnen und danke nochmal für das leckere Brot Yeah, oh, tschüssi Herr Becker Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Freunde, habt ihr das gehört? Die böse Granny, die ich und Vitamine eigentlich verhaftet haben hat es anscheinend irgendwie geschafft, aus dem Gefängnis zu flüchten und die treibt sich irgendwo in der Stadt rum und irgendwann wird die kommen und die Stadt angreifen Oh nein, wir müssen was dagegen unternehmen Wir müssen es schaffen, die böse, böse Granny zu besiegen, Freunde Aber erstmal würde ich sagen, probiere ich erstmal das leckere Brot vom Bäcker Mjam, mjam, mjam Oh, das schmeckt richtig, richtig gut Mjam, 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 mjam Wow, das schmeckt alles super, super gut Unser Bäcker ist wirklich der allerbeste Bäcker der ganzen Welt Mjam, 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 mjam Wow, das schmeckt richtig, richtig gut, Freunde So, dann würde ich sagen So, wir legen das Brot, zack, 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 sehr, sehr cool Alles hier rein und jetzt würde ich sagen, habe ich eine Idee Wie wir die böse, böse Granny aufhalten können Wir bauen nämlich eine Falle Und ich glaube, ja, genau, hier sollten noch ein bisschen Fallenausrüstung sein Und jetzt werden wir eine Falle für die böse, böse Granny aufbauen Damit wir sie dann dort fangen können Und wenn wir sie gefangen haben, können wir sie wieder verhaften Und ich hoffe, das wird alles klappen, Freunde So, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier so die Straße ein bisschen ab Und dann buddeln wir uns nach unten Und dann lege ich diese richtig spitzen Teile Und wenn Granny dann in dieses Loch reinfällt, dann können wir sie schnappen Und ich hoffe, meine Falle für die böse, böse Granny klappt wirklich Aber ich frage mich immer noch Wie hat es die böse Granny geschafft, aus dem Gefängnis zu fliehen? Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall auch beeilen Weil die böse Granny, die kann wirklich jeden Moment kommen Die ist hier irgendwo in der Stadt am Laufen, hat der Bäcker gesagt Und irgendwann wird die kommen und versuchen, die Stadt zu zerstören Die will die Stadt kaputt machen, weil die super, super böse ist Aber das werden wir beide verhindern Du und ich, wir beide sind auf der guten Seite Und wir werden auf jeden Fall nicht zulassen, dass Granny irgendwas der Stadt antut So, dann bauen wir mal hier die Falle weiter So, zack, 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 zack Sehr, sehr cool Und dann würde ich sagen, platzieren wir auch gleich die Falle Hm, ist das Loch groß genug? Ich weiß nicht Ich hoffe natürlich, die böse Granny läuft überhaupt in dieses Loch rein Weil sonst wird es wirklich gar nicht gut, Freunde Deswegen würde ich sagen, mache ich das Loch, glaube ich, noch ein bisschen größer So, aber das geht jetzt ganz, ganz schnell So, zack, zack, zack Sehr, sehr cool Und dann platziere ich unten diese spitzen Teile hin Und ich hoffe, dann wird die böse Granny dort reinlaufen So, Freunde, das Loch ist fertig So sieht das Ganze aus Und ich hoffe, dass würde alles klappen Aber ich denke mal schon Jetzt, Freunde, platzieren wir so zack, zack, zack Diese spitzen, spitzen Teile hier hin Jetzt müssen wir aufpassen, Freunde Warte mal so zack, zack Ich baue mir eine Treppe Und ja, sehr, sehr cool Dann bauen wir das ab Und eigentlich steht jetzt schon die Falle Aber jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich Hä? Wieso solltet ihr da einfach so reinlaufen? Und genau deswegen habe ich diese unsichtbaren Blöcke Das hier sind super, super geheime Blöcke Und durch diese Blöcke kann man einfach hindurch fallen Also da muss man richtig gut aufpassen Man denkt jetzt hier, eine ganz normale Straße Aber la, 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 la Und zack, fällt man in diese Falle rein, Freunde Zack, wieder hochbauen Und zack, fertig ist unsere OP-Falle Für die böse, böse Granny Und jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten, bis sie kommt Uah, Freunde Ich warte schon so, so lange Aber die böse Granny kommt einfach nicht Moment mal Ich habe da irgendwas gehört, Freunde Das Geräusch kam von dort hinten Moment mal, hallo Ist hier irgendwer? Hallo Hier war irgendwas Uah, die böse Granny ist da Nein, nein, nein Oh nein, oh nein, oh nein Jetzt müssen wir ganz schnell weglaufen Das kam unerwartet Auf einmal stand sie da plötzlich Hey, du böse Granny Jetzt müssen wir sie irgendwie in unsere Falle locken Oh nein, aber ich kann nicht sehen Die böse Granny ist super, super stark Und es wäre richtig, richtig schwierig Die böse in meine Falle zu locken Weil ich kann einfach nicht sehen Oh, schnell an ihr vorbei Hey, du böse Granny Du hast gar keine Chance Los, los, los Oh, jetzt muss ich sie irgendwie in meine Falle reinschipsen Komm schon, du böse Böse Granny Aber das ist wirklich super, super schwierig Und ja, Freunde Ich glaube Oh nein, nein, nein Oh, wir sind in der Falle drin Nein Hilfe Schnell hier raus Oh, oh, war das knapp Oh, nein, oh nein, Freunde Aber wir haben es geschafft Die böse Granny ist in der Falle drin Hetschi, Betschi, Betschi Du böse, wow Granny, hey Wir haben es wirklich geschafft, Freunde Schaut euch das mal Wir haben einfach eine Falle gebaut Für die böse, böse Granny Und die ist jetzt wirklich reingelaufen Weil wir sie reingeschubst haben So, ich baue hier Nein, 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 nein Ich fall hier immer wieder rein Hey, du böse Granny Geh weg Geh weg von mir Oh nein, lass mich hier raus Oh nein, 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 nein Schnell und Wow, war das knapp Und nein Hey, schnell den Block abbauen Und das ist wirklich super gefährlich Wir müssen richtig gut aufpassen Dass wir da nicht selber reinfallen Oh, man, oh, man, oh, man Hetschi, Betschi, Betschi Du böse Granny Ja, du wolltest die Stadt zerstören Kaputt machen Und die Stadt angreifen Und damit hast du nicht gerechnet Das hast du jetzt verdient Du böse Granny Und du kommst da niemals raus Das verspreche ich dir Die ist super, super sicher Diese Falle habe ich gerade eben gebaut Und weißt du was Du bist aus dem Gefängnis geflohen, ne Eigentlich haben Vitamine und ich dich ja verhaftet Aber irgendwie hast du es geschafft Trotzdem aus dem Gefängnis zu fliehen Und weißt du, was du davon hast Du kommst nicht mehr in die normalen Zellen Du kommst in die sichersten OP-Zellen Die es im Gefängnis geben wird Und daraus kannst du auf jeden Fall niemals entfliehen Das verspreche ich dir Du böse, böse Granny Hihi Herr Becker Herr Becker Ja Hallo Herr Becker Ja, sie haben mich ja gewarnt Vor der bösen Granny Die kommen wird Und wissen sie was Ich habe der bösen Granny Eine Falle gestellt Und raten sie mal Wer gerade eben In diese Falle reingefallen ist Richtig Die Granny Ich habe es geschafft Ich habe wirklich Die böse Granny In eine Falle reingeschubst Und damit verhindert Dass sie die Stadt angreift Yeah Richtig, richtig cool Ach, sie müssen sich noch nicht bedanken Herr Becker Das mache ich doch gerne Ich wollte nur Bescheid sagen Tschüssi Hihi Sehr, sehr cool, Freunde Das hat die böse Granny davon Die ist jetzt hier in der Falle Und ich würde sagen, Freunde Ich hole gleich meine Handschellen Und dann wird die böse, böse Granny Gleich wieder ins Gefängnis gebracht Und dann würde ich sagen, Freunde Das war's mit dem heutigen Video Ich hoffe, dir hat das Video gefallen Wenn ja, liken, abonnieren Und die Glocke aktivieren Und dann verpasst du auch Keine weiteren coolen Videos mehr Und dann bist du auch Ein Teil der Sand-Tex-Army Und dann sehen wir uns morgen wieder Bei einem neuen Video Bis dahin Tschüssi